Und herzlich willkommen bei Duftlady. Ihr seht, ich habe viel aufgebaut, ich habe euch viel zu zeigen und zwar geht es heute um das Juli-Special, das große Starter-Set mit der Gratis-Lampe. Das Besondere bei Sensi ist nämlich, ihr könnt euch auch nur das Starter-Kit schnappen, habt keine weitere Verpflichtung, das heißt, ihr müsst dann nichts nachbezahlen, wenn ihr nicht als Berater arbeitet und dürft euer Set auf jeden Fall behalten. Aber ihr habt natürlich auch die riesengroße Chance, mit Sensi durchzustarten und richtig Geld zu verdienen. Ich zeige euch jetzt zuallererst, was ihr in diesem Set alles bekommt. Das ist nämlich Wahnsinn, ich glaube, ihr seht gar nicht alles, damit ihr euch das nur annähernd vorstellen könnt, was ihr da für Geld spart diesen Monat. Manche Sachen habe ich nicht eins zu eins in der richtigen Duftrichtung da, die musste ich ersetzen, ich werde es euch dann aber dazu sagen. Also, ich habe natürlich auch eine Spiegeliste gemacht, ihr seht, so viel ist es diesen Monat. Das Allerwichtigste, oder ja, die Edged Core-Lampe, Duftlampe, die ist auch im Katalog erhältlich, bekommt ihr seit der letzten Katalog-Saison immer im Starter-Set. Das ist eine echt schöne Keramiklampe. Guckt mal, könnt ihr wunderbar individualisieren mit farbigen Glühbirnen, wunderbar schlicht und edel, passt überall hin. Und die ist natürlich auf jeden Fall dabei. Das heißt, wenn ihr beginnen wollt, mit Partys zu machen, habt ihr hier schon mal die erste Lampe zu zeigen. So, dann haben wir nur diesen Monat, ja, das gibt es nur jetzt zum Geburtstag von Sensi, on top, einen Warmer. Nicht irritieren lassen, dieser hat auch ein Kabel, ich habe es zwar nicht dran, weil man eh nichts sieht. Guckt mal, das sind wunderschöne Sukkulenten. Die kann man auch rausnehmen und kann dann, das ist wirklich eine Schale, individuell gestalten, zum Beispiel mit Grispaumkugeln oder eine Kundin von mir, hat da Sand und Muscheln drin von ihrem Sommerwollah, wunderschön. Also, da könnt ihr euch richtig austoben und ihr hättet schon die zweite Lampe zum zeigen. Auch hier ist mir eine Heizplatte und dann kommt die Wachsschale drauf. Das heißt, ihr habt schon beide Systeme und die ist so süß. Also, die passt doch überall hin, oder? Und die gibt es, wie gesagt, nur diesen Monat gratis, on top, ne? Die gibt es nächsten Monat nicht mehr gratis. Ist auch ein Set drin für 99 Euro. Also, rechnet mal, was ihr jetzt schon gespart habt. 99 Euro, beide Lampen, ja? Ihr bekommt im großen Set eine Handcreme Make-A-Splash. Ich glaube, jeder liebt Make-A-Splash. Ein bisschen fruchtig, ein bisschen frisch. So, die ideale Mischung jetzt im Sommer. Kann man nichts falsch machen, den Duft müsst ihr ausprobieren, den werdet ihr lieben. Es gibt im Set diesen Monat einen Counter-Clean. Ich zeige euch jetzt hier auch Make-A-Splash. Im Set findet ihr allerdings Vanillamint. Vanillamint riecht genauso, wie der Name sagt, nach Vanille und Minze. Also, die Kunden lieben ihn. Und den bekommt ihr als Küchen- und Oberflächernreiniger. Könnt ihr natürlich selber benutzen und auch zeigen. So, dann bekommt ihr auch eine Seife. Jetzt muss ich nur die Duftrichtung gucken. Moment. Na, warte, dann. Ah, Make-A-Splash. Okay. Dann bekommt ihr die Seife dieser Größe. Und die ist extrem sparsam. Also, das müsst ihr auch mal ausprobieren. Da kommt ihr ewig mit hin. Und wir haben einen Fünf-Personen-Haushalt. Auch in der Duftrichtung Make-A-Splash. Dann bekommt ihr Pots in der Duftrichtung Amazon Rain. Die Pots sind für unsere Ventilator-Produkte. Das muss ich gerade mal gucken, weil ich den Ventilator hingelegt habe. Fehlt der noch? Dann muss ich ihn schnell holen. Moment. Ratsche Pause. Dann bekommt ihr in der Farbe White. Ich habe jetzt einen in Rosé. Das ist schon mein eigener. Passt ideal in den Becherhalter vom Auto, am Laptop oder mit der Powerbank im Schwimmbad. Wie gesagt, die Pots 14,25 Euro Warenwert in Amazon Rain. Und der Mini-Ventilator kostet, glaube ich, 21,25 Euro. 25 oder 75. Auf jeden Fall auch im Set inklusive. So. Dann bekommt ihr natürlich für eure zwei neuen Duftlampen auch in Wachs. Das bekommt ihr in Sea Salt & Avocado. Ein ganz, ganz toller Duft. Wer ihn noch nicht probiert hat, könnt ihr auch gerne testen. Ihr bekommt eine Packung. Das sind jetzt nicht die Originalen. Aber ihr bekommt eine Packung mit kleinen Tütchen. Mit Sensi-Aufdruck. Dann könnt ihr die ersten Proben machen, wer Proben machen will. Und wer das Kit einfach nur für den Eigenbedarf schnappt, kann da irgendwas anderes, Bonbons oder so reinpacken. Es gibt auch noch große Tüten dazu. Damit könnt ihr dann zum Beispiel die ersten Bestellungen ausliefern. Genau. Dann bekommt ihr einen Carbar zum einen Autospiegel hängen. Kostet 8,50 Euro. Meiner schätzt in einer anderen Duftrichtung. Ihr bekommt im Starter-Set hier auch Amazon Rain. Und ich kann es euch nur empfehlen. Also ich habe in meinem Auto momentan auch Amazon Rain. Da macht dann nichts falsch. Also auch hier könnt ihr zeigen oder natürlich selbst euch probieren. Dann bekommt ihr eine große 100er Packung mit Dankes-Postkarten. Das heißt, da könnt ihr euch bei euren Kunden bedanken. Ihr bekommt eine Packung mit Einladungskarten. Die sind auch inklusive. Ihr bekommt diese Filzis. Guckt ihr das mal? Die bekommen ja normalerweise nur im Beraterstore. Die könnt ihr in euer Wachs tunken oder mit Öl beträufeln. Und könnt damit jetzt im Sommer viel besser Wachsproben machen. Weil die einfach das Wachs, wenn sie schmilzen, gleich wieder aufsaugen. Und auch die sind inklusive im Rosenstatter-Set. Dann haben wir natürlich auch Aufkleber. Ihr kennt unsere Duftaufkleber. Ihr bekommt 72 Stück in Luna. Bei mir fehlen jetzt schon welche. Ihr bekommt Ölaufkleber. In Eukalyptus Lavender Mint. So riecht das Duftöl. Das könnt ihr dann auch im Katalog kleben. Oder zum Beispiel auf die Postkarten. Auch 72 Stück. Und das ist für ein Ersatzprodukt. Hier bekommt ihr Coconut Lemongrass. Das habe ich jetzt leider gerade nicht da. Deswegen zeige ich euch den Ersatz. Ebenfalls 72 Stück. Mit dazu bekommt ihr natürlich unser Dufttaxi. Da sind alle Düfte außer die Sonderkollektion als kleine Wachstester drin. Ihr könnt zum Beispiel Bestellungen sammeln, indem ihr die Dufttasche verleiht oder verschickt. Oder ihr könnt sie einfach selber behalten und Leute zum Kaffee einladen. Die sich dann bei euch durchschnuppern. Wenn ihr sagt, ich hole mir das Set nur für mich selber und ich will keine Partys schmeißen. Könntet ihr sogar noch mit einem Teelöffel das Wachs da rausnehmen. Das sind ungefähr zwei Würfel und könnt jetzt in eurer Lampe verduften. Also das wäre theoretisch auch möglich. Aber es macht viel viel mehr Spaß, andere Menschen von dem Duft zu überzeugen. Und die Dufttasche wirklich zu verleihen. Probiert es mal aus. So, dann bekommt ihr dazu eine ISO-Tasche. Meine ist jetzt lila. Im aktuellen Starter-Set ist sie schwarz. Die ist innen isoliert. Könnt ihr wunderbar mit ans Strand nehmen, wenn ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt. Oder könnt eure Sensi-Sachen darin verstauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel erste Bestellungen sammelt, indem ihr das Dufttaxi verleiht. Dann bekommt ihr exklusiv noch dazu diesen Monat zehn Stifte. Zehn Schenke Stifte. Das sind jetzt auch andere. Weil wir Berater können das Starter-Set ja leider nicht mehr kaufen. Das heißt, ich kann euch jetzt leider nicht genau die Sachen zeigen, die drin sind. Aber er sagt zwei, so zeige ich euch zehn Stifte. Es gibt nur diesen Monat zum Sensi-Geburtstag noch 20, Moment, 20 oder zehn? Muss ich doch nachlassen. Ne, stopp, fünf. Fünf LED-Mini-Taschenlampen dazu. Die habe ich leider auch nicht da. Die habe ich auch nicht bekommen. Also es ist wirklich ein mega Starter-Set diesen Monat. Also wer einsteigen will, diesen Monat, ihr könnt richtig sparen. Natürlich bekommt ihr auch eine Packung mit Bestellzetteln, ne, die ersten Bestellungen sammeln. Also ihr seht, ihr könnt sofort loslegen und eine Party schmeißen. Ihr bekommt natürlich 20 Kataloge dazu, aktuell gültig. Könnt ihr auch verteilen oder wie gesagt eine Party schmeißen. Ihr bekommt eine Packung, Rekrutierungsflyer, falls vielleicht ein Freund oder ein Kunde noch einsteigen will. Ihr bekommt den Leitfaden für Beraterinnen. Also den kann ich nur empfehlen. Den habe ich auch immer auf dem Schreibtisch, habe ich auch zur Hand. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Aber keine Sorge, ich und mein tolles Team sind ja auch da. Also wir stehen auch rund um die Uhr für alle Fragen. Also irgendjemand ist immer da zur Verfügung. Da seid ihr wirklich herzlich willkommen. Und es gibt auch viele, viele Trainings. Allerdings auch hier ohne Verpflichtung. Ihr könnt teilnehmen, aber ihr müsst nicht teilnehmen. Also wenn ihr sagt, ich will einfach nur für mich bestellen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und hier könnt ihr alles nachlesen. Und dann gibt es natürlich noch den Produktleitfaden. Da findet ihr alles zum Thema Produkte. Das heißt, wenn ihr das einmal durchgelesen habt, könnt ihr auch wirklich schon eine Party schmeißen. Da findet ihr dann ein bisschen mehr Infos dazu, wie im Katalog. Und auch den habe ich immer zur Hand. So, dann sind wir fast am Ende. Ihr bekommt auch noch einen großen Block mit der Produktübersicht. Da sind nochmal alle Produkte dieser Katalog-Saison aufgelöstet. Und auch die könnt ihr zum Beispiel einfach euren Freunden schicken. Das braucht etwas weniger Porto, wie die Kataloge. So sieht es hinten aus. Das sind auch die Düfte. Also im Prinzip bekommt ihr nochmal einen ganzen Block kleiner Kataloge. So, jetzt muss ich gucken. Doch, ich glaube, das war es. Jetzt haben wir alles. Und dieses Megaset, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, falls ihr es überhaupt noch wisst, mit den zwei Duftlampen, dem Wachs, dem Ventilator, dem Putzmittel, bekommt dafür nur 99 Euro. Und wie gesagt, mein Team und ich stehen euch wirklich zur Verfügung, arbeiten euch ein oder unterstützen euch, wenn ihr sagt, okay, ich will einfach nur an meinen eigenen Bestellungen sparen. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr habt keinen Mindestumsatz und ihr habt keinen Druck bei Sensi. Also ihr müsst dann da auch nichts abarbeiten. Dieses Set gehört auf jeden Fall euch. Wenn ihr ein Jahr nicht aktiv wart, dann löscht euch unser System auch automatisch. Da bekommt ihr nach elf Monaten eine E-Mail und dann seid ihr auch wieder draußen. Aber auch das ist nicht wirklich schlimm. Ihr könnt nach einem halben Jahr auch wieder einsteigen und wieder Beraterin werden. Also ihr seht, es macht wirklich Spaß. Ich bin total begeistert. Wenn ihr Düfte und Deko liebt, probiert es einfach mal aus. Also ich finde es mega. Für mich ist der perfekte Ausgleich neben den Kindern, weil ich von zu Hause aus arbeiten kann. So wie jetzt zum Beispiel einfach über YouTube oder TikTok. Ich habe keinen Druck, ich habe keinen Chef, der meckert und glückliche Kunden. Das macht einfach Spaß. Das Produkt, was ich liebe. Ich liebe das zu empfehlen und ich verwende es auch gerne selber. Und eingestiegen bin ich damals tatsächlich zum Eigenbedarf. Also ich wollte meine Produkte gratis und zum halben Preis, weil wir Berater sind natürlich auch Gastgeber. Also wenn wir Bestellungen sammeln, können wir auch die Gastgebervorteile nutzen und darüber erzähle ich euch gerne mehr. Also wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch. Ansonsten könnt ihr euch anmelden unter meinem Shop www.duftlady.sensi.de oder schreibt mir einfach eine E-Mail an duftlady.mail.de Dankeschön und bis später.